126, hast du nicht zugehört? Ja, Chewie 2 Nein, hab ich nicht, ich bin Lehrer Gab's vor kurzem denn sonst? Wie lange kann man brauchen? Ja, uh, das ist schon wohl 2, das ist ja lang her Ja, es gab's jetzt vor kurzem kostenlos bei Epic Deswegen haben wir uns das alle geholt Und failen jetzt fleißig da drin Ja Oh, ich seh ein schwarzes Bild Das heißt, ich bin schon mal Das Spiel fängt schon mal an zu laden Vorladen, nachladen, durchladen Nachladen, rechtsladen Hast du auch deswegen Revolverheld? Ja, wir haben's auch deswegen uns geholt Wegen dem, weil's kostenlos jetzt war Ich poste mal ganz kurz nochmal in die Chats Den Multistream Dann kann man beide Streams, beide Sichten gleichzeitig sehen By the way, du kannst das auch oben anheften Nee, 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 das soll ich bei mir auch mal machen Ich hefte das auch mal bei mir an So Manuell gelöst oder am Ende des Streams wird's gelöst Äh, so, ähm, ich bin by the way, äh, wieder im Spielchen Sehr gut Ist das ein Game Pass? Weiß ich nicht, ob das ein Game Pass ist Chivalry? Hm Ich glaub nicht Ähm, wo ist denn da? K annehmen Da fehlt noch einer in der Ecke, oder? Nein, wieso? Wir sind vier Nein Bei mir ist es aber bloß, äh, Katafi und ich Wollen wir sind für aufzupriert? Ja, wohl, Fih wird schon passen Hauptsache bei mir stehen alle Ich bin Horst Das du ein Horst bist, wissen wir Match suchen 13, 14, 15 Ich dachte, es zählt immer runter und dich hoch Ne, hier sind es die Kunden, wie lange es dauert Ja, aber Wie lange wir schon warten Wie soll ich schon runtergehen, wenn man nicht weiß, wie lange das Match Ne Jetzt hast du aufgehört zu suchen Nein, hab ich nicht Also bei mir ist oben die Zahl weg Bei mir geht's kann man auch Verbindung, die muss hergestellt Battle of the Dark Forest Genau Oh, das war ne schöne Der Schwarzwald Ich erinnere mich noch genau bei dieser Burg Ähm, als wir da das Tor verteidigen mussten Ich in der Verteidigerposition Hab mich natürlich oben schön an ne Balliste gesetzt Wir durften uns wahrscheinlich wieder angreifen Ja Stopp, das geleitet Wir müssen verteidigen Verteidiger, haha Ähm, das heißt, ich geh auf Bögenschütz Bögenschütz Da kommt das Kleid schon Das Kleid ist schon da Töten sie Opa, ich bin allein Bin ich allein? Wo bist denn du? Ich seh, ich seh, Erz Hallo, Erz Hallo Ich komme, Cutter Danke, ich hab nämlich hier ein bisschen Problem Ich bin gegen drei Gegner im Kampf Sehr gut Äh, Wolfi, für dich vielleicht die wichtige Info Ähm, die Position der Waffe Entscheidet den Schaden Das heißt, du kannst, wenn du zur Seite guckst Den, ähm, Schlag sozusagen Aua Ähm, ich kann grad gar keinen Schlag machen, weil Ich hier angegriffen werde von irgendwelchen Aua, ich hab den Achsebauch schicken Warum machst du denn sowas? Schlecht du dich denn auch angreifen Aua Scheiß, Bogenschützen Sehr, Wolfi Ö den Bogenschützen Dich so was ich versuche Es kam auch irgendwo auch rein, die Mose Der gesagt hat, tötet die Bogenschützen Durch die Durch die Hey, Wolfi, du bist fast tot Ich weiß, dass ich Nimm mal das Oh, jetzt haut er mich Warum hat mich schon wieder irgendjemand getroffen? Ja, weil Das ist der Krieg, Wolfi Was entwarnst du? Oh, meine Waffe ist weg Ähm, ich geh doch mal wieder auf Ritter Ritter Aua Au Zufriede By the way, ich hab weder Schild noch Bin mit Controller und kann die Verwunden kann die ganze Steuerung noch nicht Kein Ding, wir auch nicht Ich glaube, mit Controller im Nahkampf bist du mit Controller wirklich besser dran Ähm, also ganz ehrlich, mit der Geschwindigkeit die die Teile machen? Nein Ich glaube, wer reicht, ich geh jetzt auch den Bogenschützen Kann ich auch nicht, aber ist mir jetzt egal Oha, mein Arm Ich werd grad von drüber fahren Aua Was ist denn das hier? Ich glaub nicht, dass wir das schaffen Oh Gott, jetzt fiel los, will ich Ich komm einer als Bogenschütze und wir kommen direkt zur Begrüßung Deine Armbrust Deine Armbrust voll ist mir schön ins Gesicht Oh ja, da ist ein Gamepass echt Äh, X-Ball ist ein Gamepass drin, gut zu wissen Ich bin ja immer noch Nahkämpfer, ich wollte auch Fankämpfer sein Oder Schwerkämpfer Oder nicht den, den, den hier, den Mann hier Er bin fast tot Ich verteidige mich Dabei Dann Syrus, Latz runter Bei Katafin, Stream, Ausrufezeichen, Discord Oder den DC Oh Gott, da sind meine Waffe weg Ab mit deinem Bein, mein Freund Jawohl, viel gefällt dir die Ballista Ja Sehr gut Habst du auch mal Leute durch gegen Yeaten Weiß bloß nicht, ob ich genug treffe Schaffst du Au Au Team Schaden Ja, aber jemand von euch hat mich getroffen gerade Ähm, maybe ich Aha, Wolfi, das merk ich mir Wolfi, pass nur auf, bist du in Katapult benutzt Das macht Team Schaden Ja, A-O-E wahrscheinlich Wichtiger, wichtiger Hinweis Hinhocken Heißt, dass ihr, ähm, auch auf die Boden Auf die Füße trefft Wo in der Regel kein Block ist Muss erstmal überhaupt was treffen Keine Auf die Füße trefft Warum krieg ich immer von dem Meißer Asch? Hey no Wird ich mein Schild haben? Aua Kann man jemand das Tor zumachen? Ja, das wäre eine gute Idee, ne? Da stehen wir über die Eins, da habe ich das Ganze um 600 Stunden versenkt. Okay, krass. Wie geht's mir weiter? Wie verschieben Sie? Wer hat den erlaubt zu schieben? Wie machst du das? Das sind Feinde. Und da wurde ich geklappt. Ich weiß, das war auch so ein bisschen langweilig, deswegen dachte ich, dass ich die mal weiter schieben. Level 5 erhöht. Will ich mal ein Schild haben? Alter, wie habe ich das gerade geschafft? Ähm, genau. Bei dem Ritter, der zweite hat ein Schild. Wie, der zweite hat ein Schild? Die zweite Klasse, die du da freischaltest, hat ein Schild. Ich bin nur die erste freigeschaltet. Die hast du doch schon, die erste Ritterklasse hast du doch gerade. Ah, ich brenne. Ich auch. Ich habe es zum ersten Mal geschafft, mich unter einer morizontalen Schlag durchzuducken. Hey. Oh, ich bin trotzdem gestorben. Oh. Oh Gott. Behold, Caravan has reached our barricades. Brothers, we must have been the barricades. wir sind die fünf minuten mehr bekommen weil sie die barrikaden getröpft bereicht haben weiß aber wortenden fünf wie desertieren ja du bist außerhalb des kampfgeschehens wenn du mit dem kampf geschehen warst und das jetzt weiter geht es das ist ein bisschen doof dass die dann sozusagen weiter nach der kampf geht weiter nach hinten sozusagen ich hab nix mal zum heilen kannst du an den es gibt überall diese kisten aber frei dran sind da kannst du dich wieder auffüllen oh gott geköpft wurde wir spielen das sicherlich noch ein paar mal so wäre ich wohl zwei drei mal heute die ablo hat mich gefällt falls es heute nicht mehr reicht meine ich weiß nicht wie gut dein internet ist 13 prozent ist jetzt gut schlecht bitte muss ich sag mal du trainer hast du mich einfach abgeworfen unfreundlich sehr unfreundlich mit ein paar kackt in den reinkarte zu tun kann ich meine ich würde mal sagen ja und ja das kann ja nicht immer gut sein alles wahr oh mein gott ich wurde von stinking getötet das war eine richtig schlechte leistung von mir gerade ist das nicht irgendwie die war schlechter als sonst mein schild ich bin mal geheilt Danke. Ich habe mich doch nicht von den Fassen viel zu viele Leute gewinnen. Auch das ist ja auch schön. Ich habe mich jetzt einfach zugesprintet, habe hier weggestoßen und ist damit in die Barrikade in die Spitze war in die Karte reingehaut. Und dann hab ich da auch selbst ungerissen. Sehr gut. Teil des letzten Stück. Nein! Au. Noch mal sieben Minuten mehr. Meine Güte. Das sind dann... Brothers, we must defend the gate. An der Schlacht teilnehmen. Na gut, ausnahmsweise nehm ich mal in der Schlacht teil. Der ist AFK. Der steht nur rum. Bist du nicht, äh, F5? Nee, K. Oh, danke. Tada! Warum dürfen sie weit vorrollen? Was? Warum dürfen die mit dem Auto soweit vorrollen? Ich fände es auch unfreundlich. Ähm, ich gebe mal Fersengeld, aua. Ich war schon wieder außerhalb der Kampfzone, obwohl ich gerade da hingerannt bin. Ja, das verstehe ich manchmal auch nicht. Hatte eine Front auf deine Brüche... Äh, Shift-F3. Amo-Bus, die muss ich später mal annehmen. Ach nee, da. Ähm, da. Oh Gott, kommen da viele. Möchte nicht. Annehmen. Möchte es. Okay, du weißt das nur noch nicht. Lol. Gerade mitten im... Gampf! Runter mit der Unkeröbe. Möchte mir mal die Wachen wieder, dankeschön. Eka, du... Kenner. Duft doch nicht. Vorkan, Kenner. Au, ach so. Da hat mir jemand den Fuß abgeschnitten anscheinend. Ja, wir wachsen ab. Ja, glaub ich auch. Die schießen unsere Burg mit Katapulten. Die schießen unsere Stadt kaputt. Der Ballisten oder irgendwie sowas? Ja. Ja, die laufen mit Bomben zu uns und... Kann man die wegmachen? Äh, nein. Ich hab keine Waffe mehr. Ich hab mir zwei Waffen aus der Hand geschlagen. Das ist ja gemein. Ja. Oh Gott, was passiert? Ein Katapult, 2000 Schaden? Ich glaub ja auch. Können wir jetzt auch, glaub ich, ist das gut. Hä? Ich mein, das Gute ist, es war 2000 Schaden auf einen. Nicht auf alle. Der Tile-Tag. Hä? Äh, die sind schon, wir haben jetzt schon gefallen, sind jetzt schon, ist das schon gefallen? Meine Güte, wie schnell waren die denn? Agathians, unser Geil ist, um den Duke mit unseren ganzen Leben zu retten. Oh, das ist das. Ja, was? Was denn? Unfreundlicher Geselle. Kann ja mal Bogenschütze angeschnurrelt. Ich hab mich von der Seite niedergeklöppelt, die sind in unsere Burg eingefallen. Das find ich unfreundlich. Ja, die sind bei mir. Au. Ja, die kommen von rechts, by the way. Mensch Mensch. Sind jetzt vier auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzen kleine Gegner. Brenner ist die tot. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich heil mich mal. Ich komme hier nicht weg. Ich bin hier auf einer Dingsmauer. Auf der Dingsmauer? So, Klasse ändern. Bitte. Ich weiß, ich hab kritisiert, es war jetzt freigeschaltet, aber nur noch ein Schild. Oder? Nö, kann ich ja aussuchen. Eigentlich. Nur noch der Zweihandwaffenkämpfer. Müsstest du eigentlich auswählen können, dass du jetzt, ähm, ne, ich hab mal Schufe 4, kannst du den machen. Ja, ich werde knallenlos plattgemacht. Gut, Soldat. Gebe ich damit vielleicht mal vorwärts. Tod. Scheiße. Ich hab mit einer Flöte angerufen. Glückwunsch, ich guck mal gerade, wenn du, ähm, wer tot ist, dass du, ähm, wird nicht mal lange dauern. So, was meinst du, ich soll, ich soll, ich soll, ich soll, ich soll, ich soll. So, jetzt mal bei Klasse reingehen, alles gesperrt. Okay. Genau, den Hinteren, den Ritter, musst du, und dann bis Level 4. Ja, aber mit dem Ritter bin ich scheiße. Ja, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Bin mit deinem scheiße. Bin ein Offizier. Ja, ich bin instant am Arsch. Ja, die, die sind ja gerade sehr, sehr in Übermacht, die Menschen hier. Wo ist denn unser Herzog? Weiß ich nicht. Und das hinten war ein Ton. Und egal, was ich mache, ich, äh, ich werde selbst gekillt. Ich mache einen Treffer und bin, äh, bin am Arsch. Das ist der Krieg. Kein Spaß hier. Weil der erkennt auch meistens nicht, wer was ist. Ja. Der Krieg. Das ist der Herzog hier. Da rennt nur einer mit, äh, mit nur einem Arm rum. Ja, den kann man heilen. Wenn du, ähm, wenn du heilst, kriegt der den wieder. Au. Au. Und egal, wo ich bin, ich bin nur alleine. Ich bin nie allein. Ich bin von uns. Ich bin von Freunden, von Feinden, meine ich natürlich. Ach nee. Ich bin von Feuer. Sehr gut. Du könntest das sagen, es sind Feuer und Flammen. Ja, ja, auch Feuer und Flammen hier fehlen. Krieg. Sieg! 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 Hussar! 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 So viel Schaden, wie möglich doch machen. Egal, ob Team Schaden oder nicht. Ich bin nicht mehr der Schlechteste. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der sechste von unten, wie es aussieht. Ja, wichtig sind aber, also Kills sind natürlich wichtig, aber auch einfach, ähm, die, die Objective machen. Was sind die Objectives? Naja, zum Beispiel, den, die, 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 die Vorstoß verhindern, den du dran stehst, das bringt Punkte. Naja, wenn mich die blöde, äh, Dings, die anderen wegschieben würde, wenn es losfährt. Ja, umsoll zurückschieben. Wie soll ich denn das machen? Genau, stell dich mal nicht so an. Soll ich drücken? So fit bin ich nur noch nicht. Du bist ein Wolf, hustet und pustet und die Bude schützt ein. Ich kann nicht hustet und pustet, ich kann blasen. Ein Blasehals, wie zu guter einstürzt. Ja, aber es sind zu viel auf einmal. Also, das ist ja, hallo, streng ich mir einfach mehr an. Vielleicht mal ein Wurm. Oh, yeah. Zwei Hände. Soll ich noch alles machen? Also, wenn du schon dabei bist. Ich glaube, hier gibt Kavallerie wieder. Da muss man schnell sein. Die Kavallerie-Option ploppt ganz kurz auf. Also, es gibt dann irgendwie so fünf Pferde. Und wer zuerst drückt, kriegt das Pferd. Du kannst die Leute vom Pferd auch runterhauen. So, erstmal die Bursche zu versuchen. Ja, du kleine Kuramaus. Kann man mal töten. Weg. Nummer eins. Drei. Wo ist denn den Konvoi? Ich bin schon unhaft. Ich bin der Konvoi. Ich weiß keine Waffe mehr. Waffen sind überbewertet. So, jetzt hier am Konvoi. So, bringt Punkt. Richtig. Ähm, ich mach mal die fünf. Was ist die fünf bei dir? Äh, heilen. Ach so. Ach so. Ich bin auf die zwei gepackt. Den ich sage, aber das Heiden dauert echt lange. Ja, natürlich. Aber der Reekompt. Trotz Schild hat er mich gekillt? Ja, ein Schild beschützt dich auch nicht hundertprozentig. Das ist meine Leiche mit dem Schild. Au. Ja, toll. Hi, Wolfi. Wo bist du denn? Ich hab gerade auch Schäden von uns umgemittelt. Ah, dafür hast du einen Kameraden gegildert. Amorok hat das auch gesagt. Ich kann auch so Katapult draufstellen. Kannst du? Man kann auch damit geschossen werden. Nein, das wollt ja. Kommt doch mal weiter. Wir mussten dabei stehen, oder? Das ist ja, damit ihr weitergeht. Genau. Und es ist eine Frage der Menge, sozusagen. Was heißt? Nein, das heißt, ich übermacht sozusagen, zu pushen. Na, aber mal gehen. Okay, ich bin am Arsch. Warum? Du, Kenna, suchst du einfach deine Klasse. Warum springe ich andauernd? Weiß ich nicht. Amorex, es ist scheißegal, ob Kameraden gekillt werden. Die sind da zum Sterben. Genau. Alle sind da zum Sterben. Ich hab's gut gedruckt, mein Freund. Doch, sind sie. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich hab random eingekillt, aus Versehen. Sehr gut. Kann ich diese Balliste nutzen? Kann ich diese? Ja, aber sie ist da gerade. Und geht das? Sehr gut, die Tür ist hier bei der Balliste. Haltet uns den Rücken frei, wir schieben. Da scheint irgendwie eine Wand davon zu sein. Oh, gut. Das ist jetzt los. Ich kann mit meinem Lichter einen schaffen. Nutze sie, Volchi. Ach, kam auf mich zu und... Ich hab's doch von denen, ich hab's gehört. Scheiße. So. Was ist das für einer? Ja, der Feiter hat die Balliste kaputt gemacht. Warum hab ich ein Speer jetzt in der Hand? Mit dem Speer komm ich ja gar nicht zurecht. Aber wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran. Diese Masons Siege-Weapons sind eine terrible Nusance. Take them out! Oh Gott. Sie haben den Puls da, die sind schon ganz schwöse. Schieben, 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 schieben. Eine Raume hier steht schon. Aua. Katapulte ausgekillt. Ach, ich fall durch die Welt. Lol. Sehr gut. Hm. Ich falle viel durch die Welt, durch die Katapulte. Hm? Es fallen viele durch die Welt. Wie schiebt man? Hier sind Kanonen, aber wir können die nicht schieben. Das dauert, glaub ich, noch zu mir selber. Was denn, du kleine Maus? Oh, was denn? Wieso bist du denn so grummelig? Wieso bist du denn so grummelig, du kleine Mause Maus? Was denn, du grummel Maus? Was möchtest du? Was kann ich für dich tun, du kleine grummel Maus? Wow. Das war ein Katapult. Wenn nichts dagegen ist, dann wird das Katapult verfehlt. Ähm, fünf. Oh, da ist Essenszeit. Und Fräuchchen gibt dir kein Essen. Das ist ja dreist. Das ist schon ganz dreist. Fräuchchen gibt dir kein Essen. Ähm. Ja, Wolfi, was kann ich für dich tun? Warum? Oh, das ist zum Kotzen. Ne, ich muss töten. Nein, der Wolf, kann nicht zu uns. Die Ramparts are ours. Proceed into the city. Penol, hier der Path for our Bombards. Take control of the Bazaar. Ich schieche auf zwei Leuten gegenüber. Schaffst du? Nein, schaffe ich nicht. Stimmel hat sich auch nicht beschwert. Sei der Zweck, der du sein möchtest. Nicht der Zweck, der du bist. Au. Unterfangen ist nicht gut, hab ich mir sagen müssen. Ja, gut erkannt. Ich werde immer mit einem Messer gekillt. Irgendwie komisch. Nein, ich habe die Anzeigen noch nicht so wirklich verstanden. Ah, meine Achse. Oh, mein Schwert war weg. Meine, also mein Speer. Das ist ja gemein. Habe ich nicht mit der Gute gerechnet, dass der Speer weg ist. Was? Oh Gott, wie viele Feine hier. Oh, wurs. Wie viele Feine auch entgegengeflogen. Alter, der Hammer ist ja böse. Welche Stufe bin ich jetzt? Ey, wir müssen vielleicht gut Schilde wegmachen. Äh, welche Stufe bin ich jetzt eigentlich? Frei. Ey, da kommen einfach... Das ist ein Begegneter für mich. Wir haben das Bazarren genommen. Entflieht der Feind wie ein Feige Kühnchen. Hahaha. Die Messe ist immer noch in der Stadt. Geh es zurück! 71% von Zyro. Zyros. Uh, bald ist Verstärkung auf dem Weg. Sehr gut. Wir bringen die Kanonenlaumen. Hey, Jody. Hey, Jody. Hier, die Edges. Oh Gott. Aua. Ich würde sagen, da hat jemand... Oh, Joe. Geiler Name. Au. Habe ich gerade voll im Eurofeind Stress verdient. Oh Gott, sind das viele Feinde hier mit einem Mal. Hallo. Oh Gott. Oua. Erobere das Rathaus. Na dann, wenn das Spiel ist, sagt... Heiß, 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 heiß. Das hat vorher so an sich. Kann doch auch. Wenn man nicht so blöde fähig. Versuch mal was lustiges. Was? Fertig. Checking. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht das Spiel mit? Ich find's so blöd dafür. Das ist top. Ich bin drin! Ich war drei Sekunden lang drin. Mein Messer war drin. Was zu ändern? Ich bin drin. Mit sieben anderen. Mit sechs anderen. Und tot. Wir haben oben. Ich bin nicht zu Hause. Achso, okay. Wo bist du denn? Jackie? Wenn ich fragen darf. Ich will weg, 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 ich will weg. Wir werden das doch nicht so sehr erobert, würde ich sagen. Wir sind vom Erobern noch ein bisschen... Das Erobern ist noch weit hin. Aua. Au. Ja, ich frag mich auch, wie wir es erobern sollen. Reingehen. Ja, toll. Ja, von uns müssen drin sein als von denen. Ja, der Obert, Mann. Du hast schon mitgekriegt, dass es irgendwie nicht funktioniert, oder? Ja, nein. Wir sind hier drin, so zu G-Set. Auf dem Weg von der Dokomie zu meiner Unterkunft. Wie war sie? Erzähl mal, wie war die Dokomie? Guck, jetzt funktioniert es doch. Überlebt, überlebt. Ich nicht. Überleben Sie. Überlebt, sag ich. Gut drin. Sehr gut, das war ja einfach. Ich auch. Wir haben gerade die Macht der Überzahl. Ja. Die Macht der Isar Zahn, ey. Ich habe kein Koffer. der wächst nach Netflix nicht viel aber schön wir bräuchten paar mehr leute wir kommen ja ja wer's glaubt wird selig so der weg ist so weit der weg ist wirklich weit für die ungefähr genau so weit ich bin verbrennt und dabei ist mir der kopf abgefallen anscheinend ich glaube das haben wir nicht geschafft die gefühlt sich hältst du den besucher im cosplay du auch? warst du auch im cosplay unterwegs? ich sag Cutter war schuld ja ich war schuld er hat zwar auf jeden Fall der bessere von uns ob irgendwas auf level 7 erhöht aber wenn ich mir angucke was hier für leute mit rüstungen rumrennen ich denke ich bin wieder raus was meinst zu ihm hängt was heißt zu ihm hängt was heißt zu ihm hängt ich bin wieder raus ich bin wieder raus ich bin wieder raus ich bin wieder raus